Scharlöhmchen, Scharlöhmchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute esse ich Mochis. Ja, und eigentlich gibt es dazu auch nicht mehr zu sagen. Achso, ich lege gleich los. Diese Sorte hatte ich noch nie, also ich bin mal gespannt, wie die schmecken wird. Heilige Maria. Vielen Dank. Also, einmal Apfel, einmal Passionsfraut und einmal Pomelo. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals in meinem Leben ein Pomelo vergessen habe. Okay. Moment, sorry. Ich würde unfassbar gerne mal frische Mochi essen. Ich glaube, das ist einfach ein komplett anderes Erlebnis. Aber ich weiß nicht, wo man in Deutschland so richtig frische Mochis herbekommt. Das müsste jetzt passen, obwohl, keine Ahnung, ob es bei Mehl oder Passionsfraut ist. Ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan. Ich habe einen, zwei Teil. Ich kaufe die nicht nochmal, ehrlich gesagt. Aber ich habe da schon deutlich bessere gegessen. Aber vielleicht sind die anderen Sorten hier noch besser. Okay, machen wir mal weiter mit. Die sind halt echt super weich. Ich bin nicht begeistert. Man merkt es eventuell, aber ich bin nicht begeistert. Die ist heute gar nicht klar. Die schmeckt so hart künstlich. Also es gibt ja gut schmeckende, künstliche Sachen, aber das ist kein davon. Okay, probiere ich noch die dritte. Also ich probiere noch die dritte Sorte. Und ich kann auch ehrlich gesagt nicht sagen, welche Sorte welcher Geschmack ist. Also wenn ich mit den Koffer Nee, irgendwie auch nicht. Ich würde jetzt sagen, dass das Passionsfrucht ist, aber ich bin mir da auch nicht so ganz sicher. Ähm, ja. Nee, das geht nicht. Das geht wirklich nicht vom Geschmack her. Also, wie schon gesagt, ich habe mir schon öfter Mochi gekauft. Und das waren vielleicht die schlechtesten. Ähm, ja, das war ein eindeutiges Fail-Video, weil einfach nichts geschmeckt hat, aber naja, egal. Ähm, ja. Oh Gott, meine Finger sind auch richtig pappig. Naja, egal. Ähm, ja, ich weiß nicht, was ich ehrlich gesagt nur sagen soll. Äh, das war's jetzt mit dem Video. Ähm, ja, keine Ahnung. Sorry. Okay. Okay.